Hallo ihr Lieben! Am 14. Juni ist der 15. Todestag von dem legendären Jazzpianist und Komponisten Espion Svensson. Im Hintergrund hört ihr einen seiner wundervollen Songs. Es war mein großer Traum ein Tribitkonzert an diesem Tag zu spielen am 14. Juni und gestern habe ich noch ganz kurzfristig eine wundervolle Location gefunden. Das Hotspot KW in Königswinter in der Kellerstraße 4. Da spielen wir das Konzert um 19.30 Uhr und ein Künstler, der uns erlaubt hat in seinem Atelier zu spielen, wird während wir spielen hinter uns an seinem riesigen Gemälde weitermalen und das wird ein ganz ganz schöner Abend. Ich weiß es einfach schon. Ich freue mich wirklich sehr, habe auch Flügel noch organisieren können kurzfristig. Der wird am 14. Vormittag schon gebracht. Ja und jetzt proben wir noch und freuen uns sehr auf das Konzert. Herzliche Einladung zu kommen!